So, was gibt es noch für Abkürzungen? Es gibt noch den SKP. SKP heißt Slip the first stitch, knit the next two stitches together, pass the slip stitch over. Hört sich wahnsinnig kompliziert an. Also, das Ding besteht aus drei Schritten. Das erste ist Slip, wie beim SSK. Wir nehmen einfach nur, als würden wir recht stricken, die Masche auf die andere Nadel. Zweiter Schritt ist, die nächsten beiden Maschen zusammen zu stricken. Das ist ein K2-Tock, knit two together. Das hatten wir auch schon vorher. Dann stricken wir die zusammen. Und P heißt nur pass over. Und zwar nehmen wir den davor, den wir einfach nur rübergelegt hatten, und ziehen den über die Masche, so als würden wir abketten. Und das war es dann auch schon. Das ist auch gar nicht so schwer. Man muss sich nur diese drei Schritte hintereinander merken. Und dann ist das gar nicht so. Also, einmal Slip, dann zwei zusammenstricken, knit two together, und den, den wir nur rübergeschnupst haben, hier wieder rüberlegen. Zack. Und dann haben wir es auch schon. Und das ist der SKP. Damit kann man die Anleitung, die ich hier habe, schon stricken. Was noch ganz oft passiert, ist diese Abkürzung Place-Marker und Slip-Marker. Damit ist einfach nur ein Maschenmarkierer gemeint. So wie der hier zum Beispiel. Oder wie der hier. Die gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen. Man setzt einen Marker, zack. Und wenn man dann zu dem Marker kommt, dann kommt immer dieses, also PM heißt Place-Marker, den einfach nur da setzen. Beziehungsweise dann da setzen, wenn man weiter strickt. Und das ist auch genau das, was mit Slip-Marker gemeint ist. Also den Markierer rüber, Slip. Und mehr ist das nicht. Ja, also immer wenn da PM steht, dann heißt das Place-Marker. Und immer wenn da S-Marker steht, dann heißt das, dass man einfach den Marker auf die anderen Adel packen muss. Und dann weiter strickt. Einfach nur, um den mitwandern zu lassen. Ja, und das war's auch schon.